Heiter, was geht ab Leute? Der Hype ist real, Gen 4 ist da, los geht's. Als ich war irgendwo auf Hagestein, dann auf einmal sehe ich Gen 4 ist da, also 1000 Nachrichten. Dann auf dem Weg nach Hause im Bus, habe ich den Livestream angemacht und habe Panflammen und noch den Vogel gefangen. Dann kamen natürlich bereits die ersten Fragen, welche Gen 4 Pokémon gibt es überhaupt? Und die blende ich hier kurz ein, die gehen wir ganz schnell durch, sind genau 20. Sorry, die deutschen Namen kenne ich leider noch nicht, aber ihr wisst ihr Bescheid. Natürlich die drei Starter und deren Entwicklungen, dann der Vogel, Taubstie der 4. Gen, ich weiß nicht, Radfatz oder Wieso, der 4. Gen. Dann der Hase genauso, Wolbit der 4. Gen und die Entwicklung, ein Papagei und eine fleischfressende Pflanze. Diese 20 Pokémon gibt es momentan, ich nehme mal an, die Entwicklung gibt es wieder mal nicht wild, zumindest die letzte Stufe nicht. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen, 9 verschiedene Pokémon können wir fangen und dann weiterentwickeln. Ja, und das mache ich jetzt auch. Raus geht's. Also, das war es auch schon wieder von mir. 20 neue Pokémon, geht's raus und schreibt sie euch. Aber davor, wenn wir mal liken, subscriben, kommentieren, checkt die Analyse ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter und in die Kommentare. Gen4Hack, schreibt unten in die Kommentare, was euer erstes Gen4 Pokémon war. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, habe ich glaube ich schon gesagt. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist sehr das Business. Gracias. Bis zum nächsten Mal.